Herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. In dem heutigen Video, ich kann es kaum glauben euch das zu präsentieren, es ist echt der Hammer, damit hätte ich jetzt dieses Jahr noch nicht gerechnet und so schnell auch noch nicht, hätte da jetzt noch gerechnet, das dauert ein paar Wochen, die Azzaton-Kelm kann jetzt auf den Show von Amazon angezeigt werden. Der Show steht da, den habe ich mir extra dafür gekauft und es ist total easy, die Azzaton-Kelm einzurichten und sich das dann später hier drauf anzuschauen. Die Befehle sind richtig leicht und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir nach dem Intro. Also, bleib dran! Ja, zuallererst muss ich meine Bildschirmaufnahme starten und dann zeige ich euch erstmal, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht schon, das ist die Azzaton-Kelm, Link zu der App in der Videobeschreibung, aber es ist auch total einfach, die Azzaton-Kelm-App zu suchen. Einfach im Google Play Store den Namen eintippen und dann habt ihr schon die Kelm, ihr müsst euch mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort registrieren, ihr bekommt im E-Mail-Postfach einen Bestätigungskode zugesendet, dann legt ihr einfach dort euer Konto an und könnt dann schon diese App benutzen. Ihr braucht zum Beispiel, wenn jetzt einer die Camps teilt, also ein anderer Eigentümer mit einer anderen App bzw. eigenen Haushalt, kann euch ein paar Camps zur Verfügung stellen, dann könnt ihr die dann auch ansehen und darüber verfügen. So ist es halt gedacht. Ja, Notfallkontakte könnt ihr übrigens auch einrichten, so am Rande, das ist auch eine richtig geile Funktion, aber das ist heute nicht das Thema, wir schauen uns jetzt die Alexa-Funktion an. Ihr seht, ich kann hier mehrere Kameras gleichzeitig live ansehen und wenn wir das Ganze jetzt einmal hier drehen, dann seht ihr auch die ganzen Camps, die ich besitze, also es sind schon einige, sie sind momentan komplett live und ohne Zeitverzögerung auf meinem Smartphone bzw. auch auf meinem Tablet anzuschauen. Aber ich habe ja erfahren heute von Azzaton, dass diese Cam auch auf meinen Show jetzt mittlerweile verfügbar ist und das in der Preisklasse, das muss man sich überlegen. Dazu muss man sagen, eine 1080p Full-HD-Kamera mit diesem Funktionsumfang und einer 7-Tage-Gratis-Cloud sucht man heutzutage in dieser Preisklasse vergeblich. Also top, besser geht es gar nicht mehr für diesen Preis. Jetzt seht ihr, ich habe insgesamt 2, 4, 5 Kameras, 4 davon sind online und wir fangen jetzt erstmal an, das Ganze mit unseren Show zu verbinden und dann testen wir das ein bisschen durch. Was muss ich als erstes machen? Ich habe mir hier jetzt die Amazon Alexa-App heruntergeladen, werde diese App, jetzt hat sie natürlich wieder reagiert. Das weiß ich leider nicht. Ich werde diese App einrichten auf meinen Account bzw. ihr werdet es machen und einrichten, wenn ihr sie nicht schon drauf habt und eingerichtet habt. Vorausgesetzt ist dafür natürlich ein Amazon-Konto und natürlich, um es zu sehen, sollte man schon ein Show besitzen, aber ich denke, das geht auch auf dem Smartphone. Also, ich öffne jetzt meine App mit meinem Konto und gehe hier unten rechts auf Mehr. Ihr seht schon, Skills, ich habe diesen Skill auch schon gesucht. Da gebe ich dann einfach Azaton-Skill ein und sehe jetzt hier ist der Azaton-Skill. Ja, der ist jetzt erstmal ganz neu, ohne Bewertung. Ich werde ihn jetzt erstmal aktivieren und öffne den jetzt mit dem Chrome-Browser. Dort müsst ihr natürlich die Zugangsdaten von euren Azaton-Account eingeben, damit ihr Amazon erlaubt, auf eure Camps zuzugreifen. Das werde ich jetzt einmal machen, das zeige ich euch natürlich nicht, weil meine Camps bleiben meine Camps. Das solltet ihr auch niemand anderes zeigen. Und anschließend müsst ihr dann nur noch hier diese ganzen Dinge akzeptieren und dass ihr das Ganze sehen möchtet. Und dann wurde es erfolgreich verknüpft. Das ist schon mal eine gute Sache. Jetzt müssen wir nur noch die Camps suchen. Das wird uns im nächsten Schritt angeboten. Und wir drücken dann unten auf Camps erkennen. Und wenn mein Smartphone mit alles hier in einem Netzwerk zusammen ist, dann funktioniert das direkt wo nur Probleme. Natürlich müsst ihr euch dann im WLAN befinden, das ist dann klar. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das WLAN aus habt, dann könnt ihr das natürlich auch nicht finden. Oder vielleicht mit Problemen. Aber besser ist, ihr seid immer in einem Netzwerk. Dann sucht ihr nämlich einmal alles ab, was in eurem Netzwerk ist. Ob da Azzaton Camps bei sind. Und fügt die dann automatisch jetzt hier bei Alexa hinzu. Und ja, ich bin mal echt gespannt. Zwei Wege Kommunikation. Ich habe sie ja auch schon vorgestellt mehrfach. Die Funktionen werden immer mehr erweitert. Wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr da zum Beispiel selbst hinschreiben. Wir haben ein tolles Forum. Oder auf Facebook, da könnt ihr dann eure Ideen hinschreiben. Und wir sehen, er hat jetzt schon die Camps gefunden. Ich gehe da jetzt mal drauf. Und das sind alles meine Azzaton Camps. Ja, was können wir da machen? Wir können jetzt hier einmal drauf gehen. Und können sie aktivieren oder ausschalten. Können den Namen bearbeiten. Vielleicht eine Beschreibung. Und wir können das Ganze auch in Gruppen steuern. So, ich beende jetzt das Ganze auf meinem Smartphone. Und jetzt widmen wir uns mal dem Hauptteil. Und übrigens, Azzaton hat mir eine Kamera zur Verfügung gestellt. Die darf ich euch geben. Das ist eine von den Exemplaren, die ich schon mal gezeigt habe. Habe ich schon ausgepackt. Sie funktioniert soweit ganz gut. Ist nichts dran. Ein makelloses Produkt. Mit einer 32 GB Micro SD Karte. Diese Camp könnt ihr gewinnen, indem ihr mein Video teilt. Darunter kommentiert. Und Azzaton auf Facebook folgt. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und ich bin mal gespannt, wer daran teilnimmt, um eine Kamera zu gewinnen. Die sende ich euch da kostenfrei zu. Das ist kein Thema. Und die Einrichtung zeige ich euch ja auf diesem Kanal. Also, wir haben jetzt soweit alles hier eingerichtet. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Alexa, zeige mir Flur. Okay. Okay. Wie wir jetzt sehen können, sehen wir jetzt, dass mir jetzt hier der Flur angezeigt wird. Mega. Das dauert einen kleinen Moment. Er muss erst die Verbindung aufbauen. Aber es funktioniert ohne Probleme direkt. Das finde ich echt mega. Übrigens kann man die Geräte auch manuell steuern. Dazu müsst ihr dann einfach hier so einmal von rechts nach links wischen. Geht auf Smart Home Geräte, wenn er das denn mal macht. Das ist manchmal so ein bisschen tricky. Aber ihr seht ja schon, hier ist schon mal die Kamera im Büro. Da haben wir den Flur. Da haben wir den Frank. So habe ich die Kamera jetzt erstmal kurzzeitig genannt für den Outdoor-Bereich. Und ja, die Namen, die ihr der Kamera in der App gebt, die werden dann hier drin übertragen. Und jetzt, wenn ihr euch vorstellt, dass ohne MicroSD-Karte eine Kamera unter 30 Euro kostet, dann braucht ihr nicht mehr irgendwelche Discounter gehen, euch die Kameras kaufen. Sondern könnt diese Cam auch ganz bequem von unterwegs verwenden. Über die Show ansehen, wenn ihr das möchtet. Und ich bin mal gespannt, was da als nächstes noch auf den Markt kommt. Ja, wie gesagt, das ist 1080p Full HD. Ich bin echt begeistert. Also in der Preisklasse finde ich nichts. Ihr wisst ja, ich mache ja auch viele andere Videos mit anderen Cams. Und in dieser Preisklasse habe ich sowas noch nicht gefunden. Ich war jetzt letztes Mal bei einem Discounter. Den Namen sage ich euch natürlich nicht. Aber wer meinen Kanal kennt, weiß welchen Discounter ich meine. Und dort habe ich mir halt auch eine Kamera geholt. Und habe sie euch vorgestellt, getestet. Und diese Kamera ist schon echt geil. Das ist in der Preisklasse. Übrigens auch auf Instagram, Facebook, Twitter, überall sind die vertreten. Ja, ich finde das echt der Hammer. In dieser Preisklasse bekommt man nebenzu eine Alexa-fähige Smartphone-Kamera. Mittlerweile kann sie ja auch unterscheiden zwischen Mensch und allgemeiner Bewegung. Also wenn jetzt ein Auto vorbeifährt. Das finde ich auch geil. Die erste Hilferuf-Funktion das ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Kamera teilt mit einem anderen Account und er das akzeptiert, dann könnt ihr diese Person auch als erste Hilfeperson hinzufügen. Und wenn ihr dann einen Hilferuf absetzt mit eurem Smartphone, was ihr ja meistens immer in der Tasche habt. Ich denke mal, der Skill wird ja auch noch erweitert. Dann bekommt dieser Kontakt eine Meldung auf dem Smartphone. Und das ist schon ganz praktisch. Zwei Wege Audio. Das heißt, ihr könnt hier reinsprechen. Der andere hört euch. Und er kann euch dann mittels App auch wieder antworten über die Cam. Das ist schon mega. Und 9 Meter Nachtsicht funktioniert richtig geil. Also richtig mega. Wie gesagt, teilt dieses Video. Ich denke mal, das wird diesen teuren Smart-Home-Markt ein bisschen revolutionieren. Die Preise werden sinken aufgrund dessen, dass die Azzaton-Cam so gut und günstig ist. Und das ist das Ausschlaggebende. Ich habe sie ja jetzt schon mittlerweile die erste Cam seit Februar diesen Jahres. Und habe ja als Beta-Tester angefangen, diese Cam einfach mal zu testen. Und es funktioniert ohne Probleme. Klar, zwischendurch war einmal drei Tage, da war etwas nicht zu erreichen. Aber da haben die halt bei Amazon, weil wir sind ja Amazon gebunden mit der Cloud. Sie können auch ohne Cloud für ein paar Tage funktionieren. Das ist kein Thema. Auch ohne Internet. Aber als diese Cloud gestört war, war natürlich auch die Aufnahmefunktion gestört. Aber das liegt ja nicht jetzt hier an Azzaton, sondern an AWS. Und das Problem ist ja mittlerweile wieder behoben. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Hat dir das Video gefallen, dann findest du unten in der Videobeschreibung einen Link. Wenn du darüber bestellst, unterstützt du meinen Kanal. Das ist ein Amazon-Affiliate-Link. Und übrigens, wenn du über den Shop bestellst, ist das sogar noch ein bisschen günstiger meistens. Aber dadurch unterstütze ich den Kanal mehr, weil ich da mehr Prämie bekomme. Und es ist zwar jetzt auch nicht viel, aber die Menge macht es halt. Und dadurch kann ich mir wieder neue Smart Home-Geräte zulegen, weil ihr wisst ja, das ist nicht alles ganz günstig. Aber viele Menschen fragen sich dann halt, wie funktioniert das? Kennt ja es einer. Und ja, ich habe mir halt zum Ziel gesetzt, dass ich euch das alles so Schritt für Schritt erkläre. Ich muss es erstmal selber begreifen. Das heißt, ich kaufe mir erstmal die Dinge, teste sie, zeige sie euch. Und dadurch finanziert ihr das Ganze. Es ist ja jetzt auch nicht viel. Deswegen dauert das manchmal auch, bis neuer Inhalt kommt. Aber es ist ein kleiner Zuverdienst oder eine Sponsorschaft von euch für mich, wenn ihr darüber bestellt. Ich sage schon mal danke. Lasst übrigens vielleicht noch ein Abo für mich da, wenn ihr euch weiter für Smart Home-Videos interessiert. Ich sage erstmal ciao. Euer Björn. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal.